Na dann zeig ich was von dem Hohle Angeln Ich hab hier Ack mal bitte das Ding weg Kann man da weg, halt kommt wieder raus Beschütze mich mal, ist ein komisches Kiesbücher Ich glaub hier irgendwo war Ach musst du dich erst freikloppen oder was? Weiß ich nicht Also wo ich hier war, war's auch Ich hab da Ich hab da Ja Bist du dir sicher, damit das hier war? Das war hier. Das ist die einzige Schlucht, die es hier weit und breit gibt. Gibt's doch Auto-Leicht. Oh nein, Geiz. Weißt du mal, ob keiner da her weiß? Nein, ich bin hier rumgelaufen. Dann war auf einmal hier so ein Löhn-Eingang. Ey, warum müssen die ja hier nicht mehr? Hier vorne war der nicht. Der war weiter hinter. Fährt er vielleicht hier? Ja hier irgendwo, links. Hier, ich hab sie. Ja siehste, sind wir vorbei gelaufen. Ja wo denn? Oh, bei mir ist das zu. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Bei mir. Deswegen haben wir es nicht. Oh, wollt ihr wirklich mit den Raptoren hier ran? Ja geh mal da alleine rein, da stirbst du sofort. Die Raptoren halten wenigstens noch was auf. Ja bei mir gerade auch. Geht weiter. Dann ist das ein Standbild, weil das neu geladen werden muss. Genauso wie bei The Forest, wenn du da im Untergrund bist. Also jetzt mit den Raptoren rein. Ja. Ja. Ich würde nicht mit den Raptoren da rein gehen. Sind halt hier für Steine. Ich mein gut, ihr kriegt die Raptoren hier nicht wieder. Ja wenn ich jetzt. Erstens, halten die Raptoren mehr aus. Zweitens, kann man da im Notfall noch abhauen. Weil die schneller sind. Weil die schneller sind. Weiter bin ich. Ungelaufen. Da hatte der Peter dann Schiss. Ne, dann wollte ich warten. Ah, hier sind Erzsteine. Ne, dann wollte ich einfach nur auf die anderen warten. Dass die mitkommen können. Kann mir jemand mal Erz abnehmen? Ja. Ja, pack doch einfach mal irgendwie mit dem Tor zu rein. Lass dich Scheiße doch auf dem Rückweg mitnehmen, Alter. Bist du in das Lausch? Ja. Nimm ein A nochmal. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Da ist zweimal Erz. Ja okay. Danke, danke. Untertitelung des ZDF, 2020